Ich möchte gerne etwas sagen. Es gab einen furchtbaren Flugzeugabsturz in den Alpen. 150 Menschen sind gestorben. Das ist furchtbar. Es gibt nichts Schlimmeres für Eltern, als ihr Kind zu verlieren. Und ein Mitgefühl ist bei den Eltern. Aber, was mich wirklich ärgert, aufregt und fassungslos macht, ist, dass mittlerweile jeder, der an sich zu sein scheint, dass der Schuldige an dieser Geschichte festgemacht ist. Der Alleinschuldige, nämlich der Co-Pilot, der angeblich diese Maschine, mit dem ihm und den 149 anderen Insassen mit voller Absicht gegen die Berge hat fahren lassen, nur weil er sich selbst umbringen wollte. Begründet wird das Ganze einzig und allein damit, dass er seine Pilotsausbildung ganz kurzfristig unterbrochen hat, weil er depressiv war. Daraus könnte ich ja fast die Schlussfolgerung ableiten, dass jeder, der mal kurzfristig depressiv ist, eine tickende Zeitbombe ist, die sich irgendwann umbringt und zugleich noch beliebig viele andere Leute dazu mitnimmt. Wir haben überhaupt keinen Beweis dafür, dass es sich wirklich so zugetragen hat. Den haben wir nicht. Wir wissen, dass der Pilot die Kabinentür verlassen hat, wenn wir uns auf die Berichtverstattung verlassen. Wir wissen weiterhin, dass der Co-Pilot regelmäßig atmete. Warum er so regelmäßig atmete, wissen wir nicht. Ist er vielleicht eingeschlafen? War er vielleicht vollkommen übermüdet? Ist er, was nicht auszuschließen ist, ich kenne ihn nicht, ich kannte ihn nicht, in einen akuten Verwirrtheitszustand gefallen? Wir wissen es nicht. Wollte er vielleicht doch die Tür aufmachen und konnte sie gar nicht mehr entriegeln, weil vielleicht doch ein Materialfehler vorlag. Denn die Maschine war 24 Jahre alt. All das sind Dinge, die wir nicht wissen. Aber es wird geschrien, dass dieser Co-Pilot, den alle Menschen als nett und freundlich bezeichnet haben, der sich nie irgendwas hat zur Schulde kommen lassen, ein Mörder sei, der sich und 149 andere Menschen umgebracht hat. Und das finde ich nicht hinnehmbar. Was ich sagen möchte ist, ich trauere um diese 150 Menschen, zwei von ihnen habe ich flüchtig gekannt. Mein Mitleid und mein Beileid gilt den Angehörigen und den Freunden in dieser unendlich schweren Zeit. Ich bitte Gott, sie zu unterstützen, bei ihnen zu sein und ihnen Hoffnung zu geben, so schwer das ist. Ich habe selbst eine 13-jährige Tochter und als Schauspielerin und Model fliege ich viel, auch mit Maschinen, wo der Sicherheitsstandard es wesentlich geringer angesehen wird, als der bei Germanwings oder Lufthansa. Bei den Flugturbulenzen, allem möglichen, bin also auch ständig Piloten ausgeliefert und werde auch in Zukunft fliegen. Hass und schnelles Aburteilen bringt uns hier überhaupt nicht weiter. Ich wünsche allen, die von diesem schrecklichen Vorfall betroffen sind, Kraft. Und mir tun alle 150, das sage ich ganz bewusst, alle 150 Opfer dieses Flugzeugabsturz-Lights und alle Angehörigen dieser 150 Opfer selbstverständlich auch den Eltern, den Angehörigen und den Freunden des Co-Piloten. Danke, dass ihr mir zugehört habt und möge das Wüste euch schützen. Nikola Lange aus Hamburg Vielen Dank.